So, hallo, 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 wir sind zurück und wir sind hier in den beiden Dörfern. Ich wollte euch den Weg von oben mal ersparen und ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich hin muss, aber ich werde auf jeden Fall zurückgehen. Und zwar, ähm, Karte? Nein, ach, Karte. Und zwar gibt es doch, bla, tot, 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 die werde ich übrigens vorspulen, um nicht ganz so viel Zeit hier in Anspruch zu nehmen. Gibt es? Ja. Wow, das war eine Menge Schlag. Gibt es hier? Den Weg zurück. Übrigens, glaube ich... Hey, das ist cool. Ich möchte Bo mal vorne haben. Yeah, Bo führt uns an. Bo, 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 Go, Bo. Go, Bo. Ähm. Moment, was passiert denn zum Beispiel mal jetzt aus Interesse, wenn wir Nina vorne haben und mit den beiden reden? Lässt die uns da rein? Verschlossen. Schade. Schade. Ja, wir sind Nina. Okay, aber mein Ziel ist es, zurück in das Zombiedorf zu gehen. Oh, yes. Falls ihr euch erinnert, da war ein... Wie hieß das Ganze? Romero. Und ich weiß gerade nicht, wie ich da hingekommen bin. Oh Gott, das war so ein langer Weg. Wir wollen nach Romero. Hallo, du. Yeah. Er hat uns alle gerettet. Alalalalalalalalalala. Wir wollen nach Romero. Und das ist eine schöne Reise für uns. Ladida, ladida. Ich gehe hier rein und kaufe mir Nebel, falls ihr sowas habt. Hallo, du. Da ist Nebel. Yes. Gib mir Nebel, 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 Nebel. Ganz viel Nebel. So. Oh Gott, ich dreh voll ab hier. Und mit diesem Nebel wollen wir jetzt hier runter. Wir wollen da runter und da runter und da runter und da runter und da runter. Perfekt. So, jetzt muss ich überlegen, wie kamen wir nach Romero? Wo ist mein ganzer Nebel? Da unten. So. Perfekt. Alalalalalala. Wie kamen wir nach Romero? Durch die Höhle hier, ne? Ich glaube, ja. So, das heißt, wir wollen hier wieder lang und wir wollen da wieder runter. Ähm. Sind wir so nach Romero gekommen? Was zur Hölle ist das hier? Wir sind doch nicht doch, oder? Äh. Fuck you? Ich habe gerade keine Ahnung. Wir gehen hier einfach mal hoch. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gerade sogar... Ich weiß nicht. Doch, das sieht gut. Nebel verliert die Wirkung. Ja, ist ja nicht so, als hätten wir nur einen. Wir haben eine gefühlte Million Nebel. Blablabla. So, hier wieder hoch. Und genau, das führt uns nach Romero. Hier hoch, ne? Ja, hier hoch. So. So. Also, was wollen wir tun? Wir wollen erstmal Tag. Das heißt? Mach uns Tag. Mach uns Tag. Danke, Zeit. So, es ist Tag. Hallo, du. Das ist Romero. Karma liegt im Westen. Agua liegt im Norden. Bingo. Also, Zombies laufen frei rum. Blablabla. Zauberwasser. Das ist das, wonach ich suche. Ähm... Okay, wir wollen also... Wir brauchen Zauberwasser. Die alte Frau kommt raus in der Nacht und macht irgendwas mit den Zombies. Und das Wasser lässt uns besser fühlen. Das sind die Informationen, die ich haben wollte. So. Und wenn... Er... Wenn ich die Zombies los werde, erfahren wir was über Agua. Gut. Aufgabe 1. Wir werden die Zombies los. Oh yes. Gut. Nebel verliert die Wirkung. Das ist mir gerade egal. Dann wollen wir doch mal Nacht haben. Und mit dieser ollen Schrulle reden. Bah, ich will da durch. Leute, ihr versperrt mir mal voll den Weg. Was ich gerade merke. Dieses Grab leuchtet irgendwie grün. Egal. Blablabla. Blablabla. Es werde Nacht. Es werde Nacht. Es ist Nacht. Danke. So, alte Frau. Hallöchen. Das ist die Stunde der Zombies. Ähm... Okay. Wir wollen diesen komischen Krug haben, aber sie hat Angst, dass ihr Ehemann verschwindet. Und der alte Mann sagt ganz aufopferungsvoll, dass er gehen muss. Weil das Zauberwasser das Dorf rettet. Und sie wird ihn vermissen. Das ist schade. Ähm... Wo ist das Zauberwasser? Nochmal. Moment. Moment. Das Zauberwasser ist in der Höhle im Westen. Und da drin ist dieser Krug. Okay. Und da sind zwei Truhen. Wir plündern das Grab. Kraut. Wow. Ein Kraut. Okay. Wo ist Westen? Westen liegt links, wenn ich mich nicht irre. So. Zombies. Jede Menge Zombies. Zombies, Zombies. Zombies, reden wir mit mir. Komm her, Zombie. Error. Error. Zombie. Zombies. Okay. Höhle im Westen. Höhle im Westen. Was zur Hölle? Ist das normal? Können wir den Krug hier nutzen? Oder den Schlüssel? Ist das normal, dass ich da einfach mal so durch den Baum gelatscht bin? Passiert hier irgendwas? Hallo? Ähm. Gut, dann werde ich ein. Bo kann durch Bäume laufen. Moment, Bo kann ich ernsthaft durch Bäume laufen, oder? Oh, ist das geil. Oh, wir machen Fortschritte. Oh, Bo, du bist so geil. Bo, ich liebe dich. Bo, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh mein Gott, bist du geil. Oh, ist das genial. Was haben wir hier drin? Na, den Turm will ich nicht nochmal betreten. Laufen ab. Ich laufe einfach durch Bäume. Guckt euch das an, Leute. Ist das vielleicht die Höhle, die sie meinte? Autobattle, bla 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 bla. So, perfekt. Das ist die Höhle. Das war Pol Heatherhard-